Okay, Babys, jetzt natürlich ein Blitzinterview mit einer beauty, beautiful man, I'm sorry to say, aber Kai Trusted, ich muss auch euch sofort, hier, das ist der Foto of the Cover, so girls und women out there, check this, yeah, hi Kai, sorry, ich muss dich aber auf die Weise auch kurz promoten, aber du bist, natürlich haben wir sehr viele gutaussehende DJs, die hier vorbeikommen, aber von Frauen musst du doch ein bisschen Komplimenten kriegen, so ab und zu, oder? Ja, das ist ja Geschmackssache. Gut beantwortet. Okay, Kai, natürlich bist du einer sehr angesagten DJ, du legst überall auf oder auf viel Plätze auf, warum macht dir das eigentlich so viel Spaß noch immer DJ zu machen? Du produziert und DJ, warum DJ so viel? Ja, das mit dem produziert haben wir ja letztes Mal gehabt, dass ich meine Sachen selber mache und das Auflegen, ich finde das einfach, also ich bin einfach Musikjunkie, sage ich mal. Ich liebe die Musik einfach, ich lebe für die Musik und es gibt für mich nichts Geileres, wenn ich irgendwo hinkomme und mit den Leuten Party mache, die da sind. Jedes Mal beim Single nimmst du eigentlich wirklich deine Zeit, ne? Du überlegst so, wie musst du das machen und dann kommt die Richtige draus, finde ich jedes Mal. Jedes Mal ist es irgendwie für meine Gefühle eine sehr, sehr angesagte Dance Track. Machst du das extra? Denkst du wirklich, es muss angesagt sein, ich muss viel Zeit nehmen oder geht das von selber, aus der Natur bei dir? Ich mache dann immer mehrere Sachen. Also ich habe diesmal, glaube ich, fünf oder sechs Nummern gemacht und habe mir überlegt, wieso sollte ich mir diese CD kaufen oder was passiert mit mir, wenn ich sie höre? Ich habe die Nummer immer mitgenommen in die Diskothek und habe die mal aufgelegt und habe überlegt so, hm, gibt mir die Musik jetzt irgendwas oder macht es einfach nur bum, bum, bum und das war es. Und bei der Nummer habe ich gesagt, oh, das gibt einem irgendwie was, das ist irgendwie schön, da kommt Gefühl rüber und habe auch gesehen, die Reaktion von den Leuten war sehr gut, die haben gefeiert und habe gesagt, hey, das ist genau das Richtige, das Dach für die Leute draußen, um zu feiern, um Spaß zu haben. Und letztendlich ist ja jeder DJ ein Entertainer, meiner Meinung nach, ja? Ja, irgendwie schon. Ich bin dafür da, die Leute zu unterhalten und mit denen Party zu machen und nicht irgendwie mein Ding da oben abzufahren und sagen, ihr könnt mich alle machen, ich bin sowieso der Beste, sondern ich will mit den Leuten Party machen. Ein DJ ist schon sehr wichtig, wir haben schon darüber gesprochen, ich meine, ich habe schon mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen, die sagen, ja, ein Video und so, das muss natürlich klappen, aber ich finde, der DJ ist eigentlich der Mittel zu den Leuten, direkt, weißt du? Es ist nicht einmal so in der Tat, dass man ein Video sehen kann und dann auch die Musik hören kann. Manchmal ist die Video so schön oder so scheiße, dass man die Musik nicht richtig zuhören kann. Bei dir passt dann auch jedes Mal das Video. Ja, da habe ich ja immer Glück, aber wo wir gerade bei DJs waren, muss ich eigentlich mal Dank an alle DJs sagen, die mich so geil promotet haben. Wir sind ja in den Dance Charts irgendwie in der zweiten Woche eins gegangen. Super Leute, ja, spitze. Du hast natürlich deine Freunde da, ne, die das alles spielen, okay. Also ohne, ich sage ja, ich komme aus dem Club, ja, ich bin durch den Club groß geworden und ich will auch im Club bleiben und ich werde auch weiter DJ-kompatible Musik machen. Also nicht irgendwie jetzt anfangen Pop zu machen oder so, weil meine Musik gehört in die Clubs, ich gehöre in die Clubs und es passt einfach, es ist zu geil. Weil wir natürlich an einer Musik-Videosendung sind, bin ich auch sofort nochmal zu dieser Videogeschichte. Warum passen deine Videos immer so geil zu deiner Musik? Sind das deine Ideen oder hast du einfach eine fantastische Plattenfirma, die jedes Mal weiß, so muss es sein? Ich habe eine sehr, sehr geile Plattenfirma, also wirklich, toi, toi, toi an alle Dance-Pooler. Wir haben uns verschiedene Treatments durchgelesen und dann waren noch Treatments bei, die waren so ähnlich wie das letzte Video. Ich habe gesagt, nein, wir müssen was Neues machen, es muss irgendwie was sein, was anders war. Und das habe ich gelesen und habe gesagt, oh, wie diese Frau da aus dem Wasser entsteht, das sieht bestimmt super toll aus, das müssen wir machen, ja. Well, Babies, guck mal hier, das ist Kais Massage-Dings-Booms und später zeigt er uns genau, wie das ist beim Auflegen. Jetzt müssen wir aber schnell zu einem Video. Danke, Kai. Mach's gut, tschüssi. Danke, 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 tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020